Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video aus der 20. Arena Saison. Heute sind wir mit dem russischen Schlachtschiff auf Stufe 4, der Nikolai, unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns kurz an, welches Modul und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze das Zielsystem Mod 1 und als Kapitän den Lev Geller mit der Basisfähigkeit Brenner Pfeil und geskillt haben wir Flambierter, Kanonier, rotierende Bohrer, Treffsicherheit, den Streckenrekord in XXL als legendären Skill, Wille zum Wiederaufbau und bei den Inspirationen den Andrew Cunningham und den Paolo Di Rivelle. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Griechenland. Mit dabei der Delta Lima in der Minekase und dann haben wir zusätzlich hier noch eine Omaha mit ins Team bekommen. Also einen Zerstörer, ein Kreuzer, ein Schlachtschiff pro Team. Haben erstmal die AP geladen. Müssen auf jeden Fall mit der Nikolai aufpassen. Die ist auf jeden Fall relativ anfällig, was das Schaden Kassieren angeht. Da muss man sehr aufpassen, gerade auf der Breitseite. Wenn man dort Breitseite zum Schlachtschiff zeigt, dann wird man dort regelmäßig Zitadellen kassieren und das wollen wir natürlich nicht. Okay, da haben wir schon mal das dunkelrote Team entdeckt. Eine Kongo. Und eine Omaha auch dort. Gehen hier natürlich auf die Omaha, die hier gerade die Drehung macht. AP Salve, wie gesagt, geladen. Ein bisschen schneller hier, wie erwartet. Ein bisschen zu wenig vorgehalten. Schade, die Granatenbündelung sah sehr, sehr gut aus. Hätten wir dort ein bisschen mehr vorgehalten. Wäre dort sicherlich ein vernichtender Schlag drin gewesen. Aber vielleicht bekommen wir dort ja noch eine weitere Chance. Unsere Omaha scheint dort sehr, sehr offensiv Richtung feindliches Schlachtschiff zu fahren. Ein bisschen optimistisch. Eine Omaha ist halt einfach eine fahrende Zitadelle. Versuch Nummer 2 Richtung feindliche Omaha. Diesmal haben wir auf jeden Fall besser kassiert. Doppel Zitadelle, vernichtender Schlag. Und draußen ist die feindliche Omaha. Wie gesagt, keine Ahnung, warum unsere Omaha jetzt unbedingt in den Nahkampf möchte. Kassiert jetzt hier auch zwei Torpedos der Kamikaze und geht einfach raus. Gleich das Ganze natürlich hier ein bisschen aus. Ungünstig, dass wir hier unseren Kreuzer relativ schnell verlieren. Aber auch nicht so tragisch. Selber habe ich auch immer nicht die größten Erwartungen im Arena-Modus von den Teammitgliedern. Wenn man nicht unbedingt in der Division spielt. Dann kann man auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Und wenn sie was Gutes machen, dann freut man sich umso mehr. Ja, sieht nicht so gut aus. Das rote Team dort immer noch. Kongo hat dort ein Torpedo kassiert. Aber wir werden jetzt hier flankiert vom anderen Team. Solider Treffer dort. Da haben wir eine weitere Omaha, die auf uns rumschießt. Die Kongo dort noch und auch ein Zerstörer. Hat es dort schon auf uns abgesehen. Ich würde sagen, wir drehen. Als erstes lassen die Kongo mal in Ruhe. Dort hat der Delta jetzt hier eh noch ein Torpedo getroffen. Dort muss irgendwo noch eine Kamikaze sein. Aber da müssen wir auffassen. Ich hoffe, dass die Piotta nicht direkt in der Drehung auf uns schießt. Schießt auf uns. Aber sollten rechtzeitig halbwegs zumindest gedreht sein. Und die Geschütze sind auch gedreht für die Omaha. Und auch dieses Mal nur drei Türme diesmal notwendig geworden. Gleiches Resultat wie mit der ersten Omaha. Vernichtnerschlag. Wie gesagt, das Schiff ist einfach eine fahrende Zitadelle. Man muss dort sehr, sehr vorsichtig mitspielen. Sonst ist dort ein Vernichtnerschlag. Keine Seltenheit. Die Podwalski. Haben jetzt hier leider die AP geladen. HE wäre natürlich besser gewesen. Relativ nervig hier allerdings. Das Gute ist bei Podwalski. Dass er nicht unbedingt die Torpedo-Reichweite hat, um uns gefährlich zu werden. Wenn er nicht zu dicht rankommt. Und wir wechseln jetzt wie gesagt auf die HE. Die HE ist richtig böse. Der Nikolai. Wir haben natürlich viele Granaten auf der Stufe. Ich warte jetzt noch für den richtigen Moment, wo der Zerstörer ein bisschen Breitseite dreht. Wie jetzt zum Beispiel. Und Seif ist draußen. Sieben Granaten treffen. Und der dritte vernichtende Schlag in der Runde. Bereits zwei Stück auf den Kreuzer und einen auf den Zerstörer. Nikolai definitiv. Mein Lieblingsschlachtschiff auf der Stufe, was die Performance der Hop-Batterie angeht. Allerdings auch das Schlachtschiff, was auf der Stufe wahrscheinlich am wenigsten Fokusfeuer. Aushalten kann. Gehen jetzt hier auf die Piotta. Wurde dort auch noch vom feindlichen Orangenschiff relativ gut getroffen. Konnten aber dort die letzten 3000 runterschießen. Und damit ist das Team, was von hinten kam, komplett eliminiert. Vier Kills haben wir eine Runde gemacht. Allerdings ist natürlich immer noch das komplette orangene Team übrig. Was natürlich sehr ungünstig ist. Zusätzlich ist das orangene Team auch schon bereits im A-Punkt drin. Und wir haben nicht wirklich viele Informationen. Da hinten links ist natürlich Nebel. Das heißt, dort wird irgendwo der orangene Zerstörer gewesen sein. Da ist er auch schon. Die Gremiachi. Sieht sich einfach mal drauf. Wird er treffen. Fraglich. Leider nicht. Leider nicht. Die Frage ist natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen, wo die Kamikaze ist. Ich muss entweder das Schlachtschiff... Okay, das Schlachtschiff ist auf jeden Fall im A-Punkt. Ah, Torpedos. Ah, ganz knapp ausgewichen. Ärgerlich, ärgerlich. Das wäre natürlich super gewesen. Wenn die Gremiachi dort rausgeht. Dort haben wir die Yahagi gleich nachgeladen. Ah, dreht aber hier schon rein. Und dort kommt die Julio, die es direkt auf uns abgesehen hat. Leider hatten wir die H-E geladen für den möglichen Zerstörer. Dort wäre jetzt natürlich die AP deutlich angenehmer gewesen. Trotzdem guter Treffer. Und das Großkaliber konnten wir hier holen. Sind jetzt hier aber ein bisschen in einer ungünstigen Position. Schlachtschiff kann auf uns schießen. Yahagi dort. Auch sehr lästig. Okay, konnten hier nochmal die AP-Salve rausholen. Delta kassiert hier leider. Einiges am Schaden wurde dort wohl aufgeklärt. Ist dort unglücklich zwischen beide Teams geraten. Und wird dann gerade von beiden hier beschossen. Stand jetzt gewinnen wir natürlich. Wir haben halt die Kills auf unserer Seite. Gehen jetzt hier nochmal auf die Julio, die immer noch Breitseite ist. Aber doch einiges runtergebremst. Und Pech gehabt bei Erstreuung. Zusätzlich. Ja, kriegen jetzt hier den Brand. Nutzen unser Schadensbegranzungsteam dafür. Und ja, sind jetzt hier auch auf 16.000 Trefferpunkte runter. Nächste Salve raus auf die Julio. Schauen wir mal, ob es diesmal ein Shepard gibt. Solider Treffer hier auf jeden Fall. Kann man mit Leben. Yahagi macht es zugegebenerweise leider dort schlau. Nutzt perfekt die Insel. Um uns zu beschießen. Und der Zerstörer klärt uns auf. Schauen wir mal, ob wir dort rüberkommen. Kommen wir rüber. Leider aber auch nur zwei Treffer. Aber in der Theorie müssen wir eigentlich nur ein bisschen aushalten. Deswegen fahre ich jetzt auch ein bisschen dichter nach vorne links an die Insel. Damit Yahagi nicht mehr über die Insel rüberkommt. Und der A-Punkt ist halt umkämpft. Die Kamikaze dort hilft uns mehr oder weniger. Weil umso länger die Runde geht, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Gegnerteam nicht mehr einnehmen kann. Okay. Wir wechseln wieder auf die H.E. Schöner Torpedotreffer hier. Auf jeden Fall. Vom Delta. Sechs Sekunden. Können wir auch wieder schießen. Okay, da ist die Yahagi. Aber ich will natürlich auf den Zerstörer schießen. Yahagi versucht sich wahrscheinlich um die Kamikaze jetzt zu kümmern. Merkt da wahrscheinlich auch, dass es dort Priorität hat, weil die Kamikaze dort einfach den A-Punkt hält. Hm. Äh. Sind hier von der Kamikaze vermutlich aufgeklärt. Ach. Können wir leider nicht bei Grimmiachi helfen. Helfen, dieses Reiz zu weit nach hinten gefahren. Okay, Kamikaze. Wird dort vermutlich. Okay, fährt wieder vorwärts. Aber wird von der Yahagi rausgenommen. Leider ist der Delta hier immer noch aufgeklärt. Und wird rausgenommen. Jetzt wird es natürlich schwierig. Aber die Kills sind halt immer noch auf unserer Seite. Das einzige, was wir machen müssen, ist halt überleben. Allerdings kann ich natürlich nicht einfach wegfahren. Weil leider noch genug Zeit auf der Uhr ist für die Gegner, um die Basis einzunehmen. Da ist die. Julio. Konnten hier noch eine Salve rausbekommen. Ein guter Treffer, aber wenigstens ein bisschen den Fortschritt zurückgesetzt. Hm. Müssen definitiv aufpassen. Wir haben nur noch diese 19.512 Trefferpunkte für die Runde. Haben hier 6 Kills im Team. Das heißt. Wir müssen nur die Gegner daran hindern, den Punkt einzunehmen. Sieht so aus, als wenn die Julio dort außen rumfährt. Hm. Würde aber gerne auf jeden Fall den Kreuzer nochmal vor die Flinte bekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier leider ins Cap reinfahren. Kreuzer hat uns hier den Bruchteil von der Sekunde leider aufgeklärt. Aber wir wissen natürlich dann auch ungefähr die Position und das Gegner-Team hätte sich ja schon denken können, dass wir einfach Richtung A fahren müssen. Wir haben keine Wahl. Ein bisschen schade, dass der Delta eben rausgegangen ist. Als Zerstörer hat man natürlich deutlich mehr Möglichkeiten einfach so einen Punkt zu verteidigen und zurückzusetzen. Wir müssen jetzt hier auch sehr aufpassen, was die Torpedos angeht, aber zum Runterbremsen haben wir halt auch nicht wirklich die Zeit. Von daher müssen wir jetzt zusehen, dass wir in den A-Punkt reinkommen. Wie da ist die Yahagi. Versucht hier hinter die Insel zu kommen. Okay, unsere Frontgeschütze sehen gut aus. Schießen drauf. Und der nächste vernichtende Schlag und wir sind auch gleichzeitig in den A-Punkt angekommen. Das wird eine richtig, richtig mega Runde, wenn wir es schaffen, hier die 45 Sekunden zu überleben. Der erste Torpedofächer ausgewichen. Wir haben noch 19.000 Trefferpunkte und sind hier angewinkelt. Uff. Okay. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Kastieren hier Frontal 12.000 fast. Ein Rammen würde uns hier auch den runden Sieg bescheren. Aber die Giulio wird es noch einmal schaffen zu schießen. Er wird doch wohl nicht noch so eine krasse Salve rausbekommen wie eben. Okay. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir so viel Schaden kassieren. Ärgerlich. Das ist natürlich richtig, richtig bitter in der Situation. 5 Sekunden wäre die Runde noch gegangen und wir hätten nur überleben müssen. Das wäre alles gewesen. Aber wir hatten nicht unbedingt eine andere Wahl. Wir mussten in den Punkt reinfahren, um einfach das Einnehmen zu verhindern. Und ja, was soll man machen? Haben wir echt Pech gehabt, dass wir dort 20.000 mit zwei Seifen von der Giulio Frontal kassieren. Wir wurden dort natürlich overmatched. Reitseite hätte ich dort wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kassiert. Hätte ich vielleicht ein bisschen anwinkeln können. Allerdings, ich habe einfach nicht mit gerechnet, dass wir einfach durch zwei Seifen so viel von der Giulio kassieren. Und das waren zwei Seifen, glaube ich, nur mit den Frontgeschützen. Das ist natürlich richtig, richtig brutal. Ja, richtig schade, dass es kein Sieg wurde. Das wären natürlich unfassbar viele Punkte gewesen. Schauen wir gleich mal ein Teamergebnis. Aber trotzdem natürlich mega starke Runde. 141.000 Schaden, 65 Hopp-Batterie-Treffer, 6 Schiffe aufgeklärt, hier im Schlachtschiff. 2 Ausfälle, 5 Schiffe zerstört, 2 Brände, 7 Zitadellen, 8 Mal verteidigt, 3 Sekundärtreffer. Dann gab es Krake, erstes Blut, Großkaliber und 4 Mal vernichtender Schlag. Schauen wir uns natürlich auch das Teamergebnis an. Eine richtig, richtig starke Runde. 2.766 Erfahrung im Verlierer-Team. Man bekommt ja als Gewinner 50% mehr Erfahrung und natürlich dann auch den Tagessieg für die Punkte. Aber wenn wir dort quasi einen Sieg gehabt hätten, wären das in dieser Runde 4.149 Basis-EP gewesen. Das wäre eine richtig starke Runde gewesen. Und ja, wir haben jeden Kreuzer, zumindest aus den Gegner-Teams, der vernichtenden Schlag rausgenommen plus noch einen Zerstörer. Sehr, sehr bittere Sache hier. Werfen nochmal einen Blick auf den Wirtschaftszweig. 443.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Punktemäßig hat sie es nicht wirklich gelohnt. Wir haben trotzdem fast 10.000 Punkte hier für die Arena-Rangliste in der Runde gemacht. Allerdings, da es kein Tagessieg war, hat sich das eigentlich nicht gelohnt, die Runde zu spielen, auch wenn es ein unfassbar starkes Ergebnis war. Aber um wirklich gute Punkte für den Arena-Modus zu sammeln, muss man halt einfach den Tagessieg und allgemein den Sieg mitnehmen, damit sich das lohnt. Das ist natürlich wirklich, wie gesagt, sehr bitter. So Leute, das soll es auch mit dem heutigen Video aus der 20. Arena-Saison gewesen sein. Sehr, sehr schade, dass es hier wirklich eine Niederlage wurde. Also definitiv mit die schlimmsten Niederlagen, die ich wahrscheinlich im Arena-Modus jemals hatte. 4 vernichtende Schläge und dann wirklich trotzdem in den letzten 5 Sekunden rausgegangen, wodurch man halt verloren hat. Sonst hätte man halt durch die Punkte beziehungsweise durch die Kills, die wir im Team hatten, gewonnen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. So ist das. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo bei der Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.